Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gamer Gemisst und dieses Mal dreht sich alles um das Komplett Erklärt zu Evil Dead The Game. Es ist am 13.05. rausgekommen, also am Freitag den 13. tatsächlich sogar und ich habe schon ein paar Runden gespielt. Ja, ihr seht, ich bin noch Stufe 1. Bitte wundert euch nicht, dass ich da jetzt trotzdem ein Komplett Erklärt mache. Wie kann ich denn nur? Ich bin noch nicht Level 60 oder 50 oder so. Wieso mache ich das? Ganz einfach, weil ich trotzdem schon ein paar Runden gespielt habe und auch bei Benutzerspielen kriegt man zwar ein bisschen Erfahrung, aber nur relativ wenig und ich kann trotz alledem schon sagen, worum es in diesem Spiel geht. Wenn es halt noch so ein, zwei kleinere Mechaniken gibt, die ich vielleicht vergesse, dann tut es mir leid. Alles habe ich natürlich nicht im Kopf. Ich versuche aber großteilig wirklich alles zu erklären, was es gibt und wir fangen erstmal an mit den Grundsätzlichen. Das wird hier in drei Kapitel aufgeteilt. Einmal ins Grundsätzliche, dann noch in die Überlebende-Mechanik und in die Dämonen-Mechanik. Fangen wir aber an erstmal mit diesem ganzen Hauptmenü-Kram und so. Wir können hier bei Überlebende gegen Dämonen, das ist der klassische normale Modus, da können wir gegen Spieler spielen, gegen die KI auch, in diesen beiden Fällen halt, oder auch benutzerdefiniert ein Match machen. Bei Benutzer, die finden es aber leider Gottes noch kein wirkliches Regelset da, bedeutet ihr könnt nicht einstellen, wie viel jeder HP hat und ob man mit Schild spawnt und so weiter. Das geht noch nicht, man kann halt nur mit seinen eigenen Kameraden halt spielen. Ist aber trotzdem eine coole Sache, dass das geht und man bekommt sogar tatsächlich EP. Finde ich auch ganz cool. So, Gegenspieler, das ist der klassische Modus. Man spielt hier entweder als Überlebender oder halt als Dämon gegen normal spielende Menschen. Und gegen die KI ist auch ganz wichtig hier, als Überlebende spielen, bedeutet ihr spielt mit Überlebenden gegen eine Dämonen-KI, das steht da ja auch nochmal drin. Heißt also, wenn ihr nur zu zweit seid und ihr spielt gegen die Dämonen-KI, kriegt ihr trotzdem zwei menschliche Mitspieler als Überlebende dazu. Also keine KI-Mitspieler. Am Anfang haben wir das gedacht, weil der erste KI-Spieler, den wir hatten, der hieß irgendwas mit Android, also Android. Und da dachten wir, okay gut, vielleicht heißen die alle irgendwas mit Android 2.1.0 oder sowas. Aber nein, das war ein echter Spieler. Nochmal sorry dafür. Und gegen KI kann man auch alleine spielen. Heißt also, man spielt ganz alleine mit KI-gesteuerten Gegner, gegen einen KI-gesteuerten Dämonen. Heißt, da ist man einfach komplett alleine. Wenn man halt gerade gar keinen zur Hand hat, ist das auf jeden Fall auch möglich. Dann hat man keine toxischen Menschen und die KI weiß, glaube ich, auch, wie das Spiel funktioniert. So, soviel zu diesem Modi. Dann gibt es noch Missionen. Die sind relativ wichtig sogar. Denn mit den Missionen könnt ihr nicht nur ein paar Teile aus den Filmen und aus der Serie. Ich glaube, Ash vs. Evil Dead war die Serie. Ich bin mal da nicht so ganz drin in diesem ganzen Franchise. Aber ihr könnt auf jeden Fall ein paar Szenen nachspielen. Und ihr könnt dadurch auch Charaktere freischalten. Vier Stück könnt ihr insgesamt freischalten. Und ich werde euch gleich zwei Stück zeigen, weil zwei habe ich schon. Hier könnt ihr zum Beispiel, steht da unten die Prämie, Pablo Simon Bolívar freischalten. Und hier könnt ihr dann König Arthur freischalten. Wahrscheinlich ein Nahkämpfer. Und an sich sind die Missionen auch eigentlich relativ unterschiedlich. Aber im Kern geht es halt darum, von A nach B zu laufen, Objectives einzusammeln oder zu beschützen. Und halt gegen Zombies zu kämpfen, also gegen Dämonen. Mehr ist das eigentlich auch nicht. Aber an sich hat jede Mission so einen anderen Kniff. Mal ist man unter Zeitdruck. Mal muss man bestimmte Szenerien wirklich krass nachspielen. Oder man muss auch mal Sachen sammeln und eigenständig auf der Map gucken. Apropos Maps. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nach drei Riesenmaps. Die sind wirklich groß. Und so ein bisschen Battle Royale mäßig sind die Maps. Da gibt es noch ein ganz klassisches Tutorial. Da kann man dann auswählen, ob Überlebender oder Kandarischer Dämon. Da werde ich auch mein Gameplay draus herziehen, denke ich mal, die meiste Zeit. Und dann gibt es noch die Sammlung. Und hier wird es relativ crazy. In der Sammlung habt ihr nämlich alle Charaktere. By the way, den hier habt ihr noch nicht am Anfang. Den Ash, ganz oben. Es gibt halt vier Ashes. Jeder in einer unterschiedlichen Kategorie. Es gibt einmal Anführer, Krieger, Jäger und Unterstützung. Und ähnlich wie in anderen, ich sag jetzt mal, Helden-Shootern, hat auch jede unterschiedliche Figur auch unterschiedliche Kräfte. Aber gehören halt alle zu einem Tree. Zum Beispiel die gute, ich glaub Annie hieß sie, ja Annie Noble, ist zum Beispiel eine Unterstützung für Nahkampf. Sie hat nämlich zwei Perks. Einmal einen aktiven Perk, den sie benutzt. Das sieht man oben links in der Ecke. Oben rechts, tut mir leid. Und das hier ist ein passiver Perk. Ja, hau bitze. Da steht dann zum Beispiel, du und alle Teammitglieder im Effekt, dass diese Aura verursachen Fernkampfschaden, Fernkampfwaffen, mehr Schaden. Da unten steht sogar, wie viel Prozent mehr Schaden. Zehn Prozent. Dann gibt es noch neue Slots ab Level 10 oder Level 25. Und es gibt einen richtigen Skilltree. Für jeden Charakter. Manche Skills, wie der Mittelfinger hier zum Beispiel, die sind in anderen Skilltrees auch vorhanden. Aber es gibt auch sehr eigene Skills, wie zum Beispiel, ich glaube, grober Einfluss ist einer oder großer Einfluss, meine, glaube ich, ist das grober Einfluss oder großer? Ich glaube, großer Einfluss, oder? Müsste. Auf jeden Fall, ich glaube, der Skill ist halt nur für Sie jetzt zum Beispiel da. Den gibt es nirgendwo anders. Kann aber auch sein, dass der woanders auch da ist. Man sieht dann hier oben, wie viele Skillreihen es gibt. Es gibt insgesamt sechs Stück. Da oben steht es ja, römisch eins bis sechs. Und man kann diesen Skill zum Beispiel viermal leveln pro Skillpunkt. Diesen hier nur zweimal. Steht ja darüber alles, wie oft man die skillen kann. Da unten steht es nämlich, Fähigkeitspunkt entfernen. Dann haben wir den Fähigkeitspunkt weg und können ihn woanders investieren. Also, ich bin der Meinung, man kann nicht alles komplett leveln, weil sonst wäre man irgendwann zu OP und das ganze Balancing vom Spiel wäre komplett kaputt. Wenn jetzt andere Neulinge zum Beispiel nur so drei, vier Skills haben und du kommst an, bist der Übelsuchti und hast alle Skills. Also, ich glaube nicht, dass das geht. Man hat auch eine Maximalstufe, man levelt also nicht unendlich weiter. Und ich bin der Meinung, rein vom Spiel würde ich sagen, dass es entweder Maximalstufe 50 ist oder halt 100. Alleine, weil man halt super, super viele Charaktere hat. Ja, so viel sei hier schon mal gesagt. Man kann aber auch, das ist das Interessante, wenn man ein Match schafft, mit diesem Charakter zum Beispiel, kriegt man für diesen Charakter Erfahrungspunkte. Man levelt also wirklich nur für den Charakter. Man kriegt aber auch quasi so Erfahrungspunktenausschuss, den man immer benutzen kann. Das seht ihr oben rechts in der Ecke. Ich bin der Meinung, das ist rechts. Ja, das ist rechts. Manchmal habe ich eine Rechts-Links-Schwäche. Oben rechts in der Ecke seht ihr so einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte oder ein Dreieck, ein kleines Dreieck ist das. Und das ist Überschuss-EP, sage ich jetzt einfach mal. Heißt, wenn ihr ein Match schafft und ihr kriegt für diesen Charakter jetzt hier 1000 EP, dann kriegt ihr noch ungefähr so 400 bis 500, vielleicht noch ein bisschen mehr, Überschuss-EP, die ihr in andere Charaktere setzen könnt. Ihr könnt sie aber auch in den Charakter setzen, den ihr gespielt habt. Das ist ähnlich wie bei Dead by Daylight. By the way, diese Spiele sind überhaupt nicht identisch, ja. Ihr werdet es gleich am Gameplay sehen. Außer das mit den Skills halt, ne. Also wenn ihr levelt und ihr kriegt dann diese andere EP, sage ich jetzt mal, Blutpunkte. Die hießen auch irgendwas mit Punkten. Ich glaube, Geisterpunkte heißen sie. Dann kann man die in andere Charaktere einfach investieren, obwohl man diese nicht spielt und kann sie trotzdem leveln. Wenn man sie vielleicht noch nicht so mag, weil man die noch nicht halt geskillt hat. Kann ja passieren. Soviel zu den ganzen Skillsachen. Dasselbe geht bei den Dämonen hier auch. Wenn ihr jetzt einfach mal die Nekromanten, ja, zum Schauen, weil die anderen sind ja doch schon sehr eklig. Die haben natürlich deutlich mehr Skills, wie man sieht, ne. Die haben deutlich mehr Skills. Also passive Skillsachen, ne. Hier hat man auch viel Sachen, aber auch nur einen Slot erstmal. Das Interessante aber bei den Dämonen ist beispielsweise, neben den Outfits, die man für jede Klasse hat, dass man auch eine Armee hat. Heißt, man läuft nicht wie bei Dead by Daylight als Killer rum, sondern man läuft eigentlich so eher so als, ja, als Geist rum. Ja, ist auch super schnell unterwegs und muss dann halt in andere KI-gesteuerte Gegnerkammern rein. Man kann auch selber tatsächlich die menschlichen Spieler beeinflussen. Man kann aber auch Autos und Bäume beeinflussen und so weiter und so fort. Das zeige ich euch alles dann in dem Teil. Ja, das Elite-Skelett und die Skelette, also das ist die Standard-Einheit, das steht ja da unten. Läuft einfach so auf der Map rum, ja. Man kann sie aber auch beschwören. Elite-Einheit, ähm, ich glaub, die muss man sogar beschwören. Und den Boss, das ist quasi man selber dann, kann man sich dann auch beschwören, wenn man genug Punkte dann dafür hat. Aber anhand der Standard-Einheit erkennt man dann auch, welcher Gegner auf einen dann wartet. Weil die Einheiten sehen halt immer anders aus. Hier sind es halt Skelette. Hier zum Beispiel bei den Puppenspielern sind es halt so eine Nekromanten. Ähm, hier und Toter Berserker, so laufen die dann da ungefähr rum. Die sehen auch von den Outfits immer ein bisschen anders aus, aber an sich ist das die Standard-Einheit. Und hier der, ähm, Demi-Eligos, Eligos, das ist dann halt schon die Elite-Einheit. Und, ähm, ja, soviel dann zum Dämonenteil, sag ich mal. Gehen wir aber erstmal weiter runter. Extras gibt es auch noch. Ja, das sind halt so Tonbänder, die man abspielen kann, wenn man die Kampagne weitermacht. Ist jetzt nicht super spannend. Ähm, das Freunde-Einladen ist ein bisschen kompliziert. Ihr könnt entweder bei Social, könnt ihr, ähm, müsst ihr erst auf Suchen gehen. Ja, da müsst ihr einen Namen eingeben. Und zwar den am besten von euren Kollegen, von der Playstation oder vom PC oder von der Xbox. Ähm, aber ihr habt auch eine PSN-Freundesliste. Das schauen wir uns mal an. Ihr geht nämlich bei Überlebender, als Überlebender spielen. Dann sucht man. Und hier kann man dann auch einladen unter Dreieck. Ja, und dann habt ihr, okay gut, da steht jetzt hier ein. Ähm, Liste ist leer. Aber ganz unten seht ihr, mit Dreieck könnt ihr dann auch eure Playstation-Network-Freunde oder wahrscheinlich Steam-Freunde. Obwohl, ich glaube, das Spiel gibt es gar nicht für Steam, sondern nur für den Epic-Game-Launcher. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube ja. Oder halt eure Xbox, ähm, Live-Freunde, ne. Da könnt ihr das dann, ähm, auch so machen. Aber an sich könnt ihr sie auch in eine Liste packen. So, wie ich es euch gerade gezeigt habe mit Social. Da geht ihr dann einfach rauf. Geht dann hier bei Suchen rein. Gebt dann den Namen ein. Und dann habt ihr sie hier bei Freunde. Einstellungen. Es gibt nicht so viele Einstellungen tatsächlich. Es gibt halt den Sprach-Chat. Mikrofon stummschalten. Ja, nein. Da gibt es noch Cross-Play. Würde ich an eurer Stelle aktiviert lassen. Ähm, auch an die ganzen Consoleros, die immer sagen, öh, PC. Bei dem Spiel macht das keinen Unterschied. Das ist völlig cool. Ähm, Tipps würde ich an eurer Stelle auch noch anlassen. Untertitel muss nicht sein. Es wird sehr viel geredet, manchmal. Millikartenrotation, jeden ist seine. Die Third-Person-Kamera, die Achse, kann man halt ändern. Und die First-Person, nicht wundern, ne. Das ist ein bisschen, das ist halt Killermäßig. Kann man auch umändern, wenn man Bock hat. Bei Video kann man nur Gamma hochschalten. Kontrast hoch, runter. Audio, ganz normal. Und die Steuerung wird hier auch nochmal gezeigt. Ja, für Überlebende einmal. Dann auch für den Dämon. Und für die Kontrollen. Denn der Dämon hat quasi zwei Steuerungen. Wenn er jetzt einen Spieler oder eine KI steuert, dann ist die Steuerung natürlich auch nochmal anders. Ja, also der Dämon hat ein bisschen mehr zu tun als die Überlebenden an sich. Und muss sich auch ein bisschen mehr merken. Aber an sich ist das echt ganz cool. So. So viel schon mal zum ganzen Startbildschirm. Wir schauen uns jetzt die Überlebenden an. So, wir machen das, ähm, Dämonen-Gameplay heute in diesem Video. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Und auch ein paar Kniffe. Das wird jetzt alles hier komplett erklärt. Mit einer einzigen Klasse. Aber es gibt insgesamt drei. Es gibt einmal die Nekromanten, die ich jetzt hier spiele. Nicht wundern, ich bin im Tutorial-Gebiet, damit ihr, ähm, damit ich auch ein bisschen Zeit habe zu erklären. Ähm, ansonsten wäre es alles sehr, sehr hektisch. Gerade als Dämon muss man ein bisschen schnell denken. Und das ist schwierig, wenn man dabei noch erklärt. Finde ich zumindest. Und, ähm, wir spielen hier die Nekromanten. Da gibt es noch die Puppenspieler. Und auch noch die Kriegsherren. Jede Klasse hat drei unterschiedliche Einheiten. Also man sich selbst als Boss, das seht ihr unten. Wenn ich L2 und R2 gleichzeitig drücken würde, würde ich als Boss spawnen. L2 gedrückt. Wenn ich das gedrückt halte, habe ich eine Standard-Einheit. Mit Fee-Eck kann ich sie sofort spawnen. Und mit X kann ich eine Falle spawnen. Oder umgekehrt, eins von beiden war es auf jeden Fall. Und bei R2 habe ich eine Elite-Einheit. Jede Einheit, das sieht man ja auch nochmal der Strahl hier, ne. Man sieht ja das Gelbe, das ist so mehr normal. Und das ist mehr so Elite-mäßig. Ähm, jede Einheit hat da so seine Kniffe. Und man muss herausfinden, welche Einheit für jemanden, ähm, am besten darstellt. Also welche am besten ist. Ähm, dann seht ihr unten rechts in der Ecke eine Bedrohungsstufe. Das habe ich schon im anderen Video erklärt. Für die Leute, die es nicht wissen, ich verlinke das mal hier oben in der Ecke. Ähm, da habe ich die Überlebenden erklärt. Die Bedrohungsstufe bedeutet, dass wir, ähm, einmal natürliche Punkte bekommen. Wie auch die Überlebenden können wir uns skillen. By the way, ganz am Anfang habt ihr gar keinen Punkt. Im Tutorial hat man jeweils einen Punkt, damit man alles freischalten kann. Ähm, denn ansonsten hätte man kein einfaches Portal, kein Elite-Portal. Man könnte keine Leute kontrollieren und auch keine Bosse, also sich selbst spawnen lassen und so weiter und so fort. Auch keine Fallen machen. Ah ne, die Fallen Angst wurden erhöht. By the way, aber hier, ähm, muss man das freischalten. Da steht er da oben auch. Schaltet Boss frei. Und, ähm, ja. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich könnte jetzt hier alles spawnen, wenn ich die genug Energie hätte. Mit der Bedrohungsstufe, ähm, wenn die steigt, könnt ihr auch, ähm, Leute mehr erschrecken. Denn man kann auch Leute erschrecken. Das sage ich euch auch noch. Und wenn das passiert, dann steigt die Angst der Überlebenden. Und wenn das passiert und dann ab einem bestimmten Punkt die Angst ist, nämlich da, wo das Auge war, bei dem Überlebenden-Video, dann passiert folgendes. Man kann dann die Spieler auch übernehmen. Die Steuerung hier, ihr seht, ist ein bisschen fackelig und wobbelig. Also, falls euch schlecht wird, ähm, dann, ja, dann ist Dämon auf jeden Fall nichts für euch. Wie kann man das aber alles freischalten? Mit Höllenenergie. Das sind diese komischen Kugeln hier. Die sammelt man auf. Hier drin ist jetzt eigentlich nichts, glaube ich. Und dann kann man seine Aktion machen. Ihr seht da ganz unten die Leiste, die sich gerade leicht füllt. Äh, wenn die voll ist, dann können wir keine weitere Höllenenergie mehr aufsammeln. Und dann müssen wir warten, bis, ähm, wir Sachen erledigen. Wie steigt die Bedrohungsstufe? Ganz einfach, indem wir Aktionen ausführen. Wir können jetzt mal ganz kurz hier ein Portal erschaffen. Da steht's, Viereck ist Falle und X ist sofort Spawn. Wir machen mal eine Falle und dann seht ihr ganz unten rechts jetzt in der Ecke, wie sich dieser rote Diamant weiterfüllt. Habt ihr das gesehen? Plus 30 haben wir dazu bekommen, weil wir das gemacht haben. Und wenn jetzt hier Gegner in die Nähe kommen würden, also Überlebende, dann würden halt die, ähm, Skelette da spawnen und rausspringen. Das war aber nur eine Standardeinheit. So, das Ganze zeige ich euch jetzt auch nochmal, wenn man das normal machen würde. Wollen wir machen das mal mit einer Elite-Einheit. Die lasse ich jetzt sofort spawnen. Dann kann ich mich instant raus. Und da steht jetzt auch, dass man sie kontrollieren kann. Denn ihr könnt jede Einheit von euch kontrollieren. Das machen wir mal ganz kurz. Wir kontrollieren jetzt mal hier den Typen. Okay, das geht anscheinend gar nicht, aber wir brauchen 30 von den Dingern, stimmt das sicher jetzt erst. Boah, die Steuerung ist wirklich echt hakelig. Also auf PC ist sie bestimmt relativ angenehm, aber auf Konsole finde ich sie sehr, sehr schlimm. So, jetzt können wir, jetzt sind wir hier drinnen und ihr seht, ähm, unsere Leiste unten wird langsam leer. Wenn die leer ist, können wir nicht mehr kontrollieren. Ja, oder wir verlassen den auf Knopfdruck. Wir können jetzt hier angreifen, ganz normal. Mit Standard und Normal und ja, jetzt geht unsere Leiste wieder runter. Jetzt heißt ja, wir haben keine Punkte mehr. Also wenn ihr Leute kontrolliert, also auch bei Leuten ist das so, bei Spielern, oder halt eure Einheiten kontrolliert, dann geht eure Leiste runter. Auch wenn ihr Boss seid, geht das runter. Das kostet halt alles ein bisschen Punkte. Aber hier haben wir jetzt noch ein paar Standardeinheiten, die wir kontrollieren können. So, und ihr seht ja unten, was das alles kann. Ganz normal angreifen mit R1, R2. Viereck ist den Speer, glaube ich, werfen. Ne, das ist ein Speerangriff, das hat auch einen Cooldown. Und Dreieck ist ein Buff, denke ich mal. Das kann man alles auch nachlesen. Ich glaube aber, hier kann man das gerade nicht nachlesen. Nein, aber man kann nachlesen, was die ganzen Charaktere können. Und X ist, denke ich mal, ein kleiner Dash mit dem Schild, glaube ich. Ja, sieht so aus. So, den verlassen wir jetzt hier aber mal wieder. Kein Bock mehr auf den. Dann stirbt er aber auch instant, ne. Also, ihr müsst immer aufpassen, wen und was ihr kontrollieren wollt. Denn eure Einheiten sterben dann davon. So, wir haben übrigens jetzt zwölf Punkte. Wir können jetzt hier natürlich noch mehr Punkte investieren. Ich investiere mal alles in die Höhenenergie, damit wir mehr Höhenenergie aufsammeln können. Und ihr seht jetzt unten nämlich schon, bis zu 300 Energie kann man insgesamt aufheben. Und man stellt auch noch Höhenenergie pro Sekunde wieder her. Das geht auch. Unter Kontrolle kann man dann die Gesundheit der kontrollierten Einheit von 5 auf 10 Prozent erhöhen. Und den Schaden ebenfalls. Das ist schon ziemlich OP, wenn man bedenkt, dass man auch echte Spieler übernehmen kann. Mit ihren Nahkampfwaffen, die sie haben und mit ihrer Fernkampfwaffe, die sie hat oder haben. Dann macht das noch mehr Schaden. Portale, ne, da steht ja, was das alles bringt. Reduktion, Kosten für Portale und Schreckensfalle. Der Schaden und Gesundheit der Einheit wird auch nochmal erhöht. Und das ist genau dasselbe wie beim Boss und beim Elite auch. Die Dämonensicht ist auch nochmal sehr interessant. Das ist ja das, was wir hier gerade haben. Die Geräuscherkennung. Ist auch so ein Thema. Wir skinnen das einfach mal hoch. Wir skinnen auch die Fallen. Ja gut, in Fallen werden Elite-Einheiten generiert. Das ist auch noch ganz nice. Da können wir jetzt hier noch ein paar Elite-Punkte reinklappen. Zack, so. Die Dämonensicht ist noch interessant mit der Geräuscherkennung, denn ihr könnt nämlich anhand der Charaktere, der Mitspieler, das sehen wir jetzt hier nicht, aber oben links würden in der Ecke immer stehen, wenn ihr in der Nähe der Gegner seid. Denn als Dämon spawnt ihr am Anfang relativ alleine und wisst nicht, was ihr tun sollt. Also, ja, ihr wisst nicht, wohin. Das Einzige, was ihr seht, seht ihr ganz oben, nämlich die Karte, also die verlorene Seite und den kandarischen Dolch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den seht ihr am Anfang durch die Wand und ihr könnt da dann schon eure Fallen platzieren. By the way, Fallen platzieren, auch ein interessantes Thema. Ihr könnt auch so schon Fallen platzieren. Ihr müsst nicht unbedingt hier L2 drücken oder R2 und dann eine Falle zu platzieren. Es gibt auch alleinstehende Fallen, die ihr aktivieren könnt einfach. Kostet auch weniger an Seelenenergie. So, wir erschaffen jetzt einfach mal ganz kurz eine Eliteeinheit und gehen nochmal in diese rein. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit Fierk noch machen können. Mit Fierk können wir, okay, ah, das können wir machen, okay, relativ langen Dash und mit 3 können wir, glaube ich, einen Dreizack werfen. Ja, mit 3 können wir den werfen und spawnt er neu. Wir gehen aber raus, wir brauchen nämlich noch ein paar Punkte, weil wir wollen ja auch den Boss gleich spawnen. Dann zeige ich euch mal den Boss schon mal. Und, ähm, ja, also an sich ist das Ziel des Dämonen natürlich die Leute aufzuhalten. Ähm, wenn die Leute in ein Auto steigen, seht ihr sie zum Beispiel durch die Geräuscherkennung auch, ähm, durch die Wände halt, ne, also ihr seht sie dann so ein bisschen und das ist halt diese Geräuscherkennung. Also je höher ihr das geskillt habt, desto eher seht ihr die Leute, also desto näher seht ihr sie. So, wir spawnen jetzt mal ganz kurz den Boss, da ist er, der böse Ash. Und wir starten sogar dann mit 300 Punkten. So, wir können ganz normale Kombos machen. Mit 4 kann man, glaube ich, die Skelette erheben. Also eine Skelettarmee kann man damit erschaffen, genau. Und mit 3 kann man Tote wieder auferstehen lassen und mit Kreis kann man Leute grabben. Ähm, okay, alles klar. So, ja, mehr ist hier auch eigentlich gar nicht, also wenn wir jetzt hier Dreieck drücken, passiert halt nichts. Weil wir haben ja, ach ja, unser Kreis ist jetzt da, wenn jetzt hier der hier sterben würde, können wir den umbringen? Ne, geht nicht. Aber ja, so funktioniert halt das ganze Gameplay des Dämonen eigentlich. Es geht halt darum, Fallen zu setzen, ähm, zu gucken, wen will ich übernehmen und wen nicht. Ähm, ist ein bisschen taktischer als Überlebender an sich. Überlebender ist eigentlich nur Hektik und Dämonen eigentlich nicht. Dämonen ist eigentlich relativ cool und chillig. Und ihr könnt natürlich auch Sachen einnehmen, ne, hier zum Beispiel dieses Auto. Kostet 100, dann könnt ihr das einnehmen und könnt dann auch hier zum Beispiel nicht nur eure Armee plattfahren, sondern auch die Überlebenden natürlich, selbstverständlich. So, deswegen als Überlebender auch immer, ne, der kleine Tipp, wenn ihr mit einem Auto irgendwo hinfahrt, wo ihr was beschützen müsst, fahrt mit dem Auto ein bisschen weiter weg, damit ihr nicht direkt gekillt werden könnt. So, hier Bäume kann man auch einnehmen als Dämon. Und dann kann man einmal schlagen und hat dann direkt einen Cooldown. Ich weiß nicht, ehrlicherweise, ob das jetzt an der Kamera lag, dass ich jetzt hierhin geschlagen habe. Ich könnte mal gleich in fünf Sekunden hier hingucken und mal gucken, ob da der Ast hingeht, sag ich jetzt mal. Das macht auch schon ein bisschen... Ne, ne, das schlägt nur hier hin. Das schlägt da hin, wo die zwei Äste immer sind. Ist auch sehr interessant, aber ich glaube, Bäume benutzt man nie wirklich. Also, ich kenne kaum Killer, die Bäume benutzen. Was ich aber sehr lustig finde, ist, dass ihr natürlich auch Fallen in Kisten verstecken könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal hier die lila in der Kiste, da können wir jetzt Ashes Hunt rein platzieren, oder aber auch Mini-Ashes. Beide haben einen anderen Effekt. Die Mini-Ashes klauen ein Gegenstände von Überlebenden, zum Beispiel Schild oder Cola, ja sowas halt. Und Ashes Hunt, das können wir mal kurz reinmachen, wir sehen es aber leider nicht. Wir sehen nur, dass wir das da eingemacht haben. Die stiehlt Leben. Also Ashes Hunt ist im Prinzip eigentlich rein theoretisch immer besser, weil man ja nie weiß, was für Gegenstände der andere hat. Man weiß auf jeden Fall, dass der Leben hat. Aber wir gucken mal nochmal ganz kurz, ob das mehr kostet. Ich glaube nämlich, ja. 35 die Mini-Ashes. Ne, kostet beides gleich. Also ja, natürlich kann man auch Gegenstände klauen, auch gut. Aber ich glaube, die meisten benutzen eher die Hand. Die ist auch wichtiger. So, und jetzt kommt die gerade. Feuerwehr, perfekt. Was auch noch interessant ist, das zeige ich euch jetzt mal, ich glaube, das kann ich euch anhand von dem Kollegen jetzt zeigen. Ihr könnt ja Leute auch erschrecken, das habe ich ja schon gesagt. Dann steigt die Leiste der Angst. Wenn ich jetzt hier 1 gedrückt halte und dann loslasse auf Inia und dann, wenn er Mensch wäre und das da durchgehen würde, hätte ich ihn erschreckt. Ihr müsst also durch die Leute durch. Ihr könnt auch alle 3 gleichzeitig erschrecken, das geht auch. Würde ich aber an eurer Stelle, kleiner Tipp, nicht machen, wenn die an einem Lagerfeuer sind, weil dann geht die Angst direkt wieder runter. Also wenn sie an Feuer sind oder in der Bude drin sind, dann macht erschrecken wenig Sinn. Ihr seht doch, der Cooldown ist echt extrem hoch. Und mit Kreis können wir hier zum Beispiel einen Musikanten spawnen lassen als Nekromant. Der Musikant erhöht nochmal den Damage jeder Truppe. Ihr seht das hier anhand des roten, glühenden Kopfes, dass der jetzt stärker ist und mehr aushält. Das heißt, die Skelette sind auch echt wichtig, wenn ihr eine ganze Armee aufbauen wollt. Ihr müsst halt wirklich ein bisschen nachdenken. Das ist wie bei DBD mit den Killern. Jeder Killer, im Prinzip hier jeder Dämon, ist unterschiedlich und spielt sich auch unterschiedlich. Und das ist wichtig zu wissen. Wollt ihr komplett auf Kontrolle gehen und gar nicht so wirklich Fallen setzen, dann macht ihr halt das. Wenn ihr aber eher so der Fallentyp seid und lieber nur Leute spawnen lässt, dann macht das. Wichtig ist auf jeden Fall, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ihr müsst auf jeden Fall gut kontrollieren können, also die Gegner kontrollieren oder halt eure Einheiten und ihr müsst auf jeden Fall noch gut Fallen setzen können. Ihr müsst beides gut können. Nochmal ganz kurzer Tipp oder Fact besser gesagt, wenn ihr beim Dolch oder bei der Seite, wenn die Überlebenden da fertig sind und ihr seid da in der Nähe, dann verliert ihr alles an euren unteren Punkten, an euren Blutpunkten, sage ich jetzt einfach mal, an der Höllenenergie und spawnt irgendwo auf der Map plötzlich. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall, wenn die Leute, die Überlebenden eines der beiden Sachen irgendwie versuchen zu verteidigen, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr dann alles verliert an Energie und Nummer neu sammeln dürft. Deswegen entweder da direkt downen oder gar nicht erst wirklich zum Angriff kommen lassen. Das Interessanteste ist aber eigentlich, dass ihr am Anfang, wenn ihr spawnt, noch gar nicht wisst, wo die Leute jetzt sind. Wenn sie nämlich diese drei Kartenstücke sammeln, das seht ihr nicht, wo die sind. Ihr wisst halt nur, wo der Dolch und die Seite ist. Und ja, das ist auch eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Wenn ich irgendwas vergessen habe, hier zum Beispiel das Necronomicon, das müssen wir jetzt kaputt machen, das machen wir jetzt auch mal ganz schnell. So. Das macht schon ganz schön viel Damage. Also ich weiß nicht, ob man... Alter, wenn das wirklich so viel Schaden machen würde, ich glaube, das macht nicht so viel Schaden. Das ist immer unterschiedlich. Aber ja, jetzt haben wir halt quasi gewonnen als Dämonen. Weil das Necronomicon ist kaputt. Die Dämonen siegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe zu erklären. Ich hoffe mal nicht. Streichhälzer können natürlich auch geklaut werden von den Mini-Ashes, ist klar. Aber ja, nur damit ihr wisst, so ein Feeling bekommt. Ganz kurz auch noch, das habe ich schon eigentlich am Anfang erzählt, aber hier, ne, die Skills immer angucken, immer schauen, welche Klasse ihr am liebsten spielt. Bei den Dämonen macht es nämlich keinen Sinn, alle drei Klassen erst zu leveln, sondern wirklich eine Klasse für euch zu finden, auszuprobieren. Und hier, by the way, bei der Armee könnt ihr auch nochmal ganz genau gucken, was können die Leute jetzt und was sind ihre passiven Fähigkeiten und wie steht es mit der Verteidigung, mit dem Schaden. Also, immer schön gucken. Ansonsten war es das eigentlich mit den Erklärungen. Ich hoffe, ich habe euch alles erklärt. Falls ich irgendwas vergessen habe, bitte, bitte, sagt es mir, weil ich kann mir nicht alles merken. Ich glaube aber, ich habe wirklich alles erklärt. Wenn es ein paar Sachen noch gibt, die irgendwie unschlüssig sind, dann fragt mich aus. Ich werde es beantworten. Kann ja sein, dass ich das hier im Video nicht erwähnt habe. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video, zum nächsten Erklärvideo oder zum nächsten, ich sage jetzt mal geheimen Video, das ist noch nicht ganz fest, was es wird. Auf jeden Fall haut rein, bis zum nächsten Video und tschüss.